Da brennt einer, da brennt einer. Wieso das? Ich hab doch Nachtsicht gemacht. Alter, einfach fünf Kids gemacht. Ja. Na ja, Glück gehabt, weil wir tot waren. Hat jemand von euch geschossen? Jo, moin moin und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Hand Showdown Let's Play mit Micha und Pascal. Wir waren gestern wieder reichlich unterwegs und da kam auch dieser Rand dabei raus. Ich war leider zu nichts zu gebrauchen in dem Rand. Es war circa 1.30 Uhr in der Früh und ich war schon, oder ich hatte so einen Punkt, wo ich dachte, na ja, nur der letzte Rand, danach ging's dann eigentlich wieder, aber in dem Rand war ich halt nichts zu gebrauchen, aber ich möchte halt die Leistung meiner Teammates auch mal würdigen und daher dieses Video raushauen. Ja, man muss nicht immer der Beste sein, um irgendwie ein Video bei YouTube hochzuladen, ich jedenfalls nicht, andere können das ja gerne von sich aus machen. Mir geht das am Arsch vorbei, ich würdige auch mal die Leistung meiner Mates und ja, mit diesem Video, Leute, ehre ich euch und danke euch, dass ihr mit mir spielt. Hat mir riesen Spaß gemacht, macht's immer noch, freue mich auf viele weitere Runden mit euch. Bis dahin, tschüssi. Bis dahin, tschüssi. Ah, fuck, scheiß Grund. Zusammen, wir bräuchten Lappen gegangen. Eieieieiei. Wie viel Entfernung? 52 Meter. Officer, na ganz. Officer, ähm. Um mit Precision. Man! 2,88 KD. Schöner Heli gegeben. Aber schön immer in Bewegung bleiben. Oh, jetzt weiß er, wo ich bin. Nein, du Wichser. Machst du, hier sind zwei bei mir. Okay. Die werfen mich als Bedünnung. Ja, rechts ist einer. Eine. Was? Eine Mauer. Machst du hier beim Wagen? Mhm. Ich hab voll seinen Schädel im Visio gehabt. Bei mir hast du voll daneben getroffen. Schön. Endlich mach ich zweimal durch. Nein! Ja, der ist gut mit seiner Waffe da. Ja, der ist gut mit seiner Waffe da. Das glaub ich nicht, Alter. Du Scheiße. Man, jetzt geh ich so ab und ich film's nicht. Aber ich hab's doch. Mhm. Ähm. Wieso haben die sich jetzt wieder Waschlappen angestellt? Ja, genau. Ja, die wollten schnell pushen. Der wusste, dass du... Dass er total, ähm... Blow. Ja. Aber dass die auch nicht geschossen haben oder so. Die haben ja nur rumgezappelt. Ja. Rumgezappelt. Tja. Was kommt davon? Ja, total durcheinander waren die wohl. Ach, geil. Also damit hätte ich jetzt nicht mehr gehört, ne? Ja, ich geh mal wohl. Ja. Also das... Ich hatte dein Tod schon vor Augen. Mhm. Einen hätte ich gedacht, ja. Einen kriegt er noch. Aber... Ich hab mich voll gefreut, als ich den ersten hatte. Ja, ja. Was... Was ist denn mit dem zweiten los? Ja, der hat gar nichts gefallert, ne? Gar nichts. Oder... Haben die dich nicht... Hat er dich nicht gesehen, ey? Ich glaub, die haben mich zu spät gesehen. Vielleicht haben sie nur deinen Kopf gesehen und haben das gar nicht gesehen, hä? Mhm. Auch jemand Medikit? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die anderen da auch rumgeballert haben für... Aber... Oder, ähm... Nur einfach so geballert haben. Weil deswegen sind wir ja da hingegangen, weil da Schießerei war. Ja. Ja. Vielleicht haben die ja auch schon ein Team plattgemacht. Hätten wir mal gucken sollen. Achtung, da ist ein Rahmen. Mhm. Dann lass mal da healing, ja. Alter, was rastet denn so aus? Oder ist das Steel Water? Wo wir jetzt fort sind. Irgendeiner. Ah, shit. Verbraucht. Boah, jetzt hat der immer noch da hinten, ey. Ich brauch nicht die Kit. Ich renne hier rum, ey. Hier ist noch eins, Matze. Dude. Wir kommen gleich. Ich hab jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Guck mal... Hier, was viel Water ist. Ey, gehen wir jetzt zu Kesho, oder was? Ja. Ja. Okay. Oh. Hat jemand drückt. Oh, Mann. Ah, ich bin ja One-Shot, weil ich schon einmal gestorben bin. Von wo? Äh, direkt neben mir da. Ne, direkt neben mir da. Das ist, äh, ne. Südosten ist halt 50 so. Neun im Schnapper. Aber 0,3er KD. Dieser Scheiß-Semulator. Dieser Scheiß-Semulator. Jetzt hat er mir wieder ein... Also, sollte eigentlich nicht so schwer sein. Ne, ne. Der war links, neben mir. Links. Dort? Links, links, links. Wo ist meine Leiche? Da? Da, genau. Der war im Turm, glaub ich. Ah, okay. Oh, bei mir hier sind Steps. In die Richtung. Ja, im Maisfeld. Scheiße, ich seh den. Der lootet mich. Das war der sogar. Echt? Der hat Mosin-Semulator. Ja. Alter, schon wieder mit Skimsicher. Geil. Ach, der saß da in dem Turm drin. Ja, ja. Der hat... Der hat... Der hat... Der war wohl allein. Der war wohl allein. Der hat... Der hat einen Uppercut. Will jemand? Ne, nehm, du mal. Ey, wer nächstes Sniper gibt, der... Oh! Oh. Oh, warum kommt denn schon wieder auf? Ich, Alter. Ich kotze gleich im Strahl. Du? Ich bin noch zweimal gestorben. Hast du den Mosin-Sniper? Ne. Ich hab die... Ich hab die Label. Der ist im Turm, glaub ich. Ja. Oben oder unten? Oben, da. Oben. Da, genau da. Top-Schuss. Top-Schuss. Tot. So, jetzt muss er auch mal wieder belebt werden. Ich hock mich mal ein Gewisch. Alter. So. So. Lebt da was? Ja. Danke. Oh, 100. Halt. Ich hab auch nur noch 100 Leben. Ich will meine Label wieder. Hier liegt ein Label. Ne, das war eine Mosin. Ach so. Ne, die Mosin hab ich ja hoch und aufgenommen, um den Kopfschuss zu geben. Also den zu erschießen. Ey, mein letztes Medikit, Alter. Das ist doch sinnlos. Ey, wenn du weiterhin auf den Turm guckst, kann ich mal näher gehen. Ich komm mit. Natürlich. Ja, da. Auf der Ebene. Da guckt einer. Hat nen Hit. Ne Lady. Die ist jetzt weiter hinten reingegangen. Seh ich nicht. Oh, da ist noch irgendwo einer. Ach ne, das war die Lady. Pass auf, man zieht hier unten und läuft einer rum. Okay. Hab ihn. Der war nicht die Perle oben, ne? Ne, die Turse oben hab ich noch nicht. Die Turse. Hat nen Hit. Ah, sind zwei tot, ne? Ja. Zwei sind tot. Ist die hinter der, äh... Hinter der Brüstung irgendwie. Ja. Da wo du, du kannst doch da auch weiter hinten reingehen. Da chillt die immer. Ja. Läuft die Leiter hoch. Oh, Treffer? Ja. Die will wiederbeleben. Und... Tod. Ist tot. Zauber. Und, hat die die wiederbelebt? Nein. Ey, hier ist die Leiter. Will einer die Mosen-Sniper? Ne. Ich würd's den nehmen, dann kannst du meine Label nehmen. Ne, ich will die Wohlsehen hier haben. Du weißt ja, wo der liegt. Du läufst einfach nochmal zurück, ne? Ja. Alter, krass. Die wollt den echt wiederbeleben hier oben. Hm. Alter, hier oben liegen einfach drei Leichen. Brown and King. Au, dann haben sie schon welche umgekillt. Ja. Dann sind wir wahrscheinlich alleine. Au. Oh, ne Uppercut. Die würd ich mitnehmen. Wenn der Dings nichts dagegen hat. Was? Nö, nö. Mach. Ich hab doch auch ne Uppercut. Hier ist aber ne Coral and King, wenn du haben willst. Boah. Schwere Entscheidung. Ich hab total beim Loot. Ne, ne? Die heils noch. Genau das ist mir auch besser. Ach klar, ich hab dann aber drei. Zack. Ja, ihr habt ja noch die Mosin-Sniper. Die kannst du noch abholen. Ja. Ja, die hol ich mir da. Hier liegen sie gestapelt, Junge. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also ich geh mir grad mal die Sniper holen. Hattest du einmal hier drum rum geguckt? Ja. Hab nichts hier sehen. Ah, müsste doch alles tot sein dann. Nicht wundern, Chaosbombe. Ja. Oh, dicke töten, dicke töten. Ja, Mann. Also ich könnte auch noch drei Dicke killen. So viel Dünner wie da bin ich dabei. Cool. Dann müssen wir nochmal, äh... Oh, wo waren denn so viele Dresen? Oh, hier auf ihr ist ein Dicke. Oh, ich hab nur Brandbomben. Ja, werf drauf. Ach so, da. Ja, den kann ich auch machen. Aber jetzt hast du ihn ja schon angezündet. Guck mal bei Steelwater ob da Dicke sind. Ja. Ich schau grad. Wo kämen wir denn raus überhaupt? Ja, Catfish würde ich sagen, oder? Okay. Also Nitro hört man schon ganz deutlich. Das ist halt bei der Chaosbombe. Mhm. Aber mag ich überhaupt nicht die Waffe. Nee, ich auch nicht. Da würde ich selbst eine Pistole ja aufheben, als das Kack drin. Ja, Freund, da bist du ja auf so mittlere Distanz, sag ich mal. Mhm. Und du hast die Waffe, weil du dich grad auf Kurber schießt drauf und der Typ kippt dir um. Ja, ja. Das hab ich aber nicht verstanden. Ja, jedes Bugs ist da stärker als das Kack-Ding. Das haben wir auch schon ein paar Mal erlebt, ja, Micha. Ja. Und dann denkst du ja einfach nur, bei der Waffe wird angegeben 364 Schaden. Ja. Und die Reichweite 250. Ja. Ja. Dann fragt man sich, was ist los? Aber ich muss sagen, beim Expressgewehr finde ich dieses, die Doktor, finde ich besser als bei der, bei der Winfield. Findest du besser als bei der Winfield? Gibt doch diese eine Winfield und diese eine. Ja, ja. Und welche findest du jetzt bitte? Die vom Nitro. Okay. Warte nochmal bei Keksehstrengen wegen Mobs, äh, Dicke. So, der eine hat ja so viel Dynamit noch, sagt er, der Micha. Ja. Einen Bündel hab ich noch. Ja, hier ist noch ein Ticker. Mindestens einer ist noch hier. Kann man ja mindestens verkaufen, Dirk, wieder. Pass auf. Pass auf, die Made, Made, Made. Wuh. Alter, jetzt. Hat er dich? Nee, immer noch dich. Scheiße, jetzt, jetzt hat er mich. Boah, das ist noch ein Dicker, schön. Oh, hier ist noch ein Dicker. Da könnte er ja da noch Dynamit draufwerfen, ne? Nein, schon mal so eine Drecksmarte. Ich kill jetzt den anderen Fettsack. Ja, ich mach den hier weiter. Kann ich die Abagard doch freischalten. Wo ist denn die scheiß Fliegenschlampe jetzt? Stopp. Ich fahr weg, ich fahr weg. Du klopfst da ein und nichts passiert. Boah, hast nichts gesagt, dass du Hilfe so kurz brauchst. Weil es am Anfang nicht so danach aussah. Ich geh dich da nur einschlagen und die geht einfach nicht um. Oh, Mann. Naja. Geht aber nicht auf der Karte. Geht ja jetzt sowieso in Rente, der Typ. Meinst du, der schafft das jetzt? Ja, sicher. Guck mal, wir haben zwei Teams, den einzelnen. Dann haben wir jetzt... Okay, wir haben den Boss nicht gemacht, ne? Das kam hier angeflogen. Eine Leuchtpistole. Kugel. Drei, vier dicker. Vier dicker haben wir glaube ich. Ja, ich denke schon. Extra jetzt mit dem Bounty. Aha. Da brennt einer. Da brennt einer. Hä? Wieso das? Ich hab doch Nachtsicht gemacht. Wer hat mich angeschossen von euch? Ich nicht. Ich hab dich mit Signalfeuer angeworfen, aber... Ich dachte, du löscht dich mal, aber du guckst ja um dich. Ich hab aber meine restliche Sicht verbraucht. Ich dachte mir, hä? Wieso brenne ich? Hat das gar nicht... Kriegt man das nicht mit in die Sicht, wenn du da so guckst? Am Anfang hab ich's nicht mitgekriegt, weil du rechnest ja nicht damit. Und dann hab ich unten was wandern sehen und dachte mir, das ist doch mein Lebensbalken. Wieso brennt das? Ey, das war knapp. Ich hab nur noch 75 HP gehabt. Ich wollte auch gar nicht auf dich verbrechen. Ich hab eigentlich gehofft, dass du's nicht bist, aber... Ich hab gehofft, dass du's nicht bist. Aber ich wusste, du bist schon oft gestorben heute. Oh, sieben Kills? Boah, krass. Und ich nicht einen? Du bist dreimal gestorben. Scheiße. Ich kotze. Ah, der Dings hat fünf, der Michael. Mhm. Und den aber gerade nicht. So, dafür geht die alte Schlamp in Ruhestand. Diese nichtsnutzige Tussi. Alter, einfach fünf Kills gemacht. Ja. Na ja, Glück gehabt, weil wir tot waren. Dreck, du sagst. Dreck, du sagst. Man ja, zwei Spaßvögel, die gesagt haben, so, der ist jetzt alleine, jetzt mal mit dem Platz. Ja. Hast du kurz deinen Cheat angemacht und dann nimmst. Und dann ging's. Ey, scheiße, hab ich grad einen Fehler gemacht? Ja. 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 Ja.